Der Kotzbrocken Ich war fit, ich war jung, doch das war schon lange her. Die Naivität wich der Altersweisheit. Zumindest dachte ich das, aber oft war es nur die Rückkehr der Pubertät. Je älter ich wurde, desto mehr redete ich. Am Anfang fanden mich immer alle toll. Hingen an meinen Lippen, da ist mal einer, der redet anders, so direkt auf Asphaltniveau. Schmutz zieht an. Doch nach kurzer Zeit fanden mich die meisten, piep, zu moralisch und zu krasse Meinungen. Die Sprache zu direkt an der Realität des Erahnten. Die Wahrheit konnten sie nicht ertragen, wollten sie fast nie hören. Alle haben und hatten Blut an den Händen. Jetzt war ich der Kotzbrocken, der den Finger in die Wunde legt und dem inneren Kind den Maulkorb aufzieht und ihm mal ein paar Watschen verpasst. Weg mit der Kippe, dafür bist du noch zu jung. Selbst intelligente Menschen rechtfertigen ihr barbarisches Tun oft auf Kindergartenlevel. denn sie nicht ertragen, steckt, kann sie nicht darüber hinbe absoluten, weil sie easy Zeit machen würde, aber festilled. Hi. Der Kopp.